Distel. Für viele nur Unkraut. Auf diesem Feld aber heißt es ernten statt rausreißen. Dahinter steckt eine besondere Idee und Geschichte. Diese kleinen Pollensammler spielen eine große Rolle dabei. Und er auch, Ernst Rieger. Er sammelt, vermehrt und verkauft die Samen von Wildblumen. Inzwischen hat er den größten Betrieb dieser Art in Europa. Die Disteln ist eine ganz wichtige Pflanze für unsere Insekten. Besonders für die Hummeln, Schmetterlinge, aber natürlich auch für Wildbienen. Wir brauchen unsere Wildpflanzen, weil wir Artenvielfalt brauchen. Weil die Menschheit lebt von der Artenvielfalt. Und wir sind ein Teil dieser Artenvielfalt. Ein Kampf, der sein Leben bestimmt und die Riegers fast ins Gefängnis brachte. Eine Haftstrafe und bis 100.000 Euro Strafe, das sind schon Summen. Da ist einem nicht mehr wohl. Das Leben mit Wildpflanzen, kann das wirklich ein Abenteuer sein? Hohenlohe, Rabolshausen. Hier ist die Welt der Familie Rieger. Ein kleiner Familienbetrieb und gleichzeitig Europas größter Wildsamenhandel. Ihr ganzes Leben dreht sich um die kleinen Körner. Seit 35 Jahren. Ernst Rieger, seine Enkel, sein ältester Sohn Johannes und seine Frau Birgit. Drei Generationen arbeiten Hand in Hand. Und das braucht es auch. Denn wie mühsam die Arbeit mit Wildsamen ist, das werden wir noch erfahren. Heute gibt es eine Anlieferung für die Riegers. Hallo Ernst. Du hast wieder was dabei. Wiesenwachtelweizen. Ja, brauchen wir. Brauchen wir es gut. Genau der richtige Zeitpunkt. Wie groß ist die Fläche? Ja, da kann man schon noch hören. Mach weiter, gib keinen zurück. Ja, es kommt was raus, es passt. Okay. Also, dann. Susanne Keidel kennt den Weg. Der Wiesenwachtelweizen geht gleich auf den Trockenboden. Hier liegen auch schon die Distelsamen aus. Nicht alle Pflanzen lassen sich, wie die Disteln, auf Feldern vermehren. Sondern brauchen Waldboden und Bachläufe. Ja, sieht gut aus. Da kannst du jetzt noch mehr sammeln. Ich denke, wir würden schon ein Kilo Saatgut brauchen. Schauen wir mal, was sie zusammenbringt. Ja, schau schon mal. Es hat, denke ich, noch gute Ställe. Ja, ist halt einjährig und man darf nicht zu viel nehmen. Nein, nein, nur ein Drittel. Gut. Sammeln ist die Ausnahme. Das meiste wächst auf Regers Feldern. Da ist er auch am liebsten, draußen in der Natur. Doch sein Hauptkampfplatz ist inzwischen das Büro. Die Liste vom Wildpanzertag haben wir noch. Verkaufen, klar. Aber das ist nur die eine Seite. Für ihn viel wichtiger, überzeugen. Ja. Mit dem müsstest du auch mal reden, weil der hat hier alles gesehen und der hat es kapiert. Selten, dass jemand etwas kapiert. Bis gleich. Anfangs wurde er als Gänseblümchenbauer verlacht. Heute holen sogar Universitäten bei ihm Rat. Vor allem Kommunen kaufen bei ihm ein. Aber der Renanthus hält auch die Keimfähigkeit nicht so lang. Wir müssen das frische Saat gut verkaufen. Ja, schreibe ich denen so durch. Ja, schreibe es. Das ist seine Schatzkammer, die Samenhalle. Mit 500 verschiedenen Arten. Es ist das Reich von Juniorchef Johannes, dem ältesten Sohn. Da muss er auf das Gramm genau den Überblick behalten. Das ist einer unserer feinsten Samen. Wenn man den hier so riesen lässt, das ist wie Südseesand. Der hat 1.000 Korngewicht von 0,04 Gramm. Das heißt dann übersetzt oder umgerechnet, dass in einem Gramm Samen 25.000 Körner drin sind. Und wenn man genauer hinschaut, auch der ist 100% sauber. Also wirklich nur Samen von der Glockenblume. So, wir kommen jetzt zu unserem teuersten Samen. Das ist der kriechende Günzel. Der kostet das Kilo 1.800 Euro. Da werden sich viele wundern, warum das so teuer ist. Es ist einfach so, er lässt sich nicht auf dem Feld vermehren. Der braucht einen Schatten und der wandert gerne umher. Der bleibt nicht am gleichen Platz. Der wächst jedes Jahr woanders und deshalb ist es auf dem Acker ganz schwierig. Und der Samen kommt aus der Sammlung. Das heißt, wir haben Leute, die rausgehen und das draußen in der Natur sammeln. Die Erfahrung von Jahrzehnten. Denn jede Sorte hat ihre Eigenart. Damit ist auch Stefan Rieger aufgewachsen, der jüngere Sohn. Heute macht er eine Bestellung für eine Pharmafirma fertig. Die aufrechte Waldrebe geht als ganze Pflanze weg. Jetzt raus zum ... Ich arbeite mit Schwarzfolie. Putzen. Nein, Boxbad. Ich fahre raus. Gut, gut. Mit Arzneipflanzen fing bei den Riegers alles an. Erst daraus entstand die Idee mit den Wildpflanzensamen. Seitdem heißt es, jeden Tag mehr Wissen ansammeln. Und an die Söhne weitergeben. Also Stefan, mach lieber statt 15, 16, 17 Kilo, weil das hat noch Schwund. Also es sind starke, starke Kugzehner, halb so. Ja, ja, 16. Ja, sind sie eh. Ich lasse dir das wieder raus und dann kannst du erstatten. Ich gebe dir da den Vorgang. Ja. Währenddessen herrscht Ehefrau Birgit Rieger über die Finanzen. Groß geworden ist sie auf einem Bauernhof. Heute managt sie einen Betrieb mit Kunden aus ganz Europa. Da habe ich gerade eben zwei E-Mails gekriegt. Eine E-Mail aus Lettland. Und zwar wollen wir in der Ukraine, in Kiew, Wiesau leichen. Ich habe mit einem Praktikanten angefangen. Jetzt haben wir 50 Mitarbeiter. Wenn mir das jemand vor 35 Jahren gesagt hätte, wäre ich nicht angetreten. Weil ich komme immer aus der Landwirtschaft ohne Fremdarbeitskräfte. Aber im Laufe der Jahre lernt man das. Auch Ernst Rieger hat bäuerliche Wurzeln. Die Eltern hatten einen Hof mit Kühen und Schweinen. Ich habe eben von meinem Vater nur ca. 20 Hektar übernommen. Und ich wollte mein Leben nicht unbedingt im Schweinestall verbringen. Und wollte was auf dem Acker dann machen. Dass ich nicht immer sonntags auch in den Stall muss. Also wollte ich weg von den Tieren und hin zu den Pflanzen. Und dann bin ich eben durch Zufall auf Arzneipflanzen gekommen. Und durch Zufall dann auf Wildblumen. Und dann haben wir hier den Acker vollgesät. Hier haben wir angefangen zu säen. Und an der Ecke dahinter haben wir aufgehört zu säen. 15 Arten. Und geschaut, wie sich die Pflanzen entwickeln. Was sie machen, was sie nicht machen. Und so machen wir es heute noch. Wir beobachten jeden Tag und kommen jeden Tag ein bisschen weiter in die Materie rein. Weil die ist hochkompliziert. Und so viel. Und so viel. Und so viel. Eine Wiese von Ernst Rieger. Sieht aus wie natürlich gewachsen. Rieger scheint jede Blume persönlich zu kennen. Da ist Spitzwegerich drin. Da ist Boxbart drin. Da ist die Wildform vom Rotklee drin. Da ist der kleine Klee drin, da hat es einen Salbei, Margariten, Leimkraut. Aber woher weiß er, was hier am besten wächst? Kann er da einfach irgendwas aussehen? In so einer Fettwiese versuchen wir circa 40 Arten einzubauen. Und dann im Laufe der nächsten 4, 5, 6 Jahre entscheidet sich, was für den Standort tatsächlich passt. Und wenn 30 übrig bleiben, dann war alles richtig. Echtes Seifenkraut, eine von den 200 Arten auf seinen Feldern. Trial and Error, immer neu versuchen. Experimente, die Jahre dauern. Was gedeiht wo? Welche Wildblumenmischung passt am besten zu welchem Standort? Die wilde Möhre gehört fast in jede Mischung. Wild wachsender Klatschmohn ist eine Seltenheit geworden. Die Margarete ist besonders widerstandsfähig. Ja, was ist das denn? Jetzt wird also doch rausgerupft. Sind das nicht genauso Wildblumen? Gibt es für Ernst Rieger tatsächlich Unkraut? Ja, der Ampfer ist ein gefürchtetes Unkraut. Und wenn der Ampfer zu viel ist in so einer Fläche, in so einer Ansaatfläche, dann verdrängt er zu viele von den Blumen, die wir haben wollen. Ein paar Ampfer wären nicht schlimm, aber es gibt genug Ampfer auf dieser Welt, den müssen wir nicht verkaufen. Nicht nur der Ampfer macht Probleme. Ernst Rieger muss sich auch noch woanders durchschlagen. Wir müssen uns halt jetzt sehen. Jetzt müssen wir halt durch. Er hat sich schon richtig durchkämpfen müssen. Und zwar mit seinem gesamten Betrieb. Die Idee, Wildpflanzensamen für Felder, für Grünflächen, für Straßenränder zu verkaufen, stand schon mal kurz vor dem Aus. Und das hätte die Riegers fast um ihre Existenz gebracht. Der Verkauf von Wildpflanzensamen war nämlich in keinem Gesetz vorgesehen. Der Bundesverband deutscher Pflanzenzüchter wollte ihn deswegen verbieten lassen. Und klagte. Für die Riegers begann die schwerste Zeit ihres Lebens. Es war sehr belastend. Einer Haftstrafe und bis 100.000 Euro Strafe, das sind schon Summen. Da ist einem nicht mehr wohl. Wir haben natürlich nicht so gut geschlafen über die Zeit, bis wir dann endlich das Urteil vor uns hatten. Einstweilige Verfügung wurde aufgehoben. Und dann waren wir wieder erleichert dort. Und dann ging das Leben wieder halbwegs normal weiter. Die Riegers schrieben Geschichte. Durch diesen Prozess wurde ein neues Gesetz geschaffen. Der Verkauf von Wildpflanzensamen war endlich erlaubt. In allen Ländern der EU. Eigentlich hatten wir ja kein schlechtes Gewissen. Wir haben ja gedacht, wir machen das im Sinne vom Naturschutzgesetz. Und deshalb haben wir eben gehofft, dass wir recht bekommen. Und es ging ja Gott sei Dank auch gut aus. Aber wir sind ja immer zum Scherz, wenn der eine ins Gefängnis geht, der andere bringt dann einen Rotwein. Sie machen weiter. Die Firma wächst. Und das Wissen. Die zweite Generation steigt ein. Sohn Johannes beobachtet das Zusammenspiel von Insekt und Pflanze. Ohne Witwenblumen könnte die Knauten-Sandbiene nicht überleben. Sie mag einfach nichts anderes. Also die Witwenblume, die hat einen roten oder orange-roten Pollen. Und den sammeln die Bienen auch. Den sammeln die ein mit ihren Hinterbeinen. Hier sieht man es. Das Interessante ist eben, dass die Hinterbeine ganz rot sind. Und auch der Pollen. Also Pollen ist das Futter für die Larven. Und deshalb sammeln die Bienen nicht nur den Nektar, sondern auch den Pollen. Das ist ganz normal bei den Wildpflanzen. Die sind nicht alle auf einmal reif. Die sind ja nicht wie ein Weizen, schon seit tausenden Jahren gezüchtet. Sondern so wie hier die Witwenblume, die blüht einfach über einen langen Zeitraum. Das sind die einen, die so wie hier Knospen haben. Dann gibt es welche, die in Vollblüte sind. So wie diese hier. Und dann gibt es auch welche, die schon reif sind. So wie die, die ich hier auf der Hand habe. Alle Stadien sind gleichzeitig an der Pflanze. Also es gibt dann eben zwei Möglichkeiten. Entweder ich ernte das Ganze mit der Hand. Also ich gehe durch und zupfe immer die Reifen raus, die so aussehen. Oder ich nehme einen Mählader. Das ist eine Maschine, die das Ganze auf einmal abschneidet. Und dann kann ich das Ganze reinbringen in die Scheune, nachreifen lassen, trocknen und dann erst austreschen. Aber es ist natürlich auch mit sehr viel Aufwand verbunden. Und ich muss sehr viel Material hin und her wälzen. Auch bei den sprossenden Melkenköpfchen muss Johannes mit dem Mählader arbeiten. Eigentlich ist er ein Langschläfer. Aber hier muss er im Morgentau ran. Denn wenn die Kapseln trocken sind, fallen die Samen raus. Samen weg, Gewinn weg. Wie kriegt man die winzigen Samen aus der riesigen Menge Schnittgut heraus? Denn der Pflanzensamen muss völlig sauber abgesiegt sein. Da hilft nur, immer wieder schütteln. Hier sind wir am Ende von der ganzen Reinigung. Hier ist die gute Ware. Und hier wird nochmal die Stängel aus der Ware raus sortiert. Aber da ist noch Material drin. Das kommt nochmal durch die Reinigung. Das ist jetzt schon das dritte Mal reinigen. Seit mir hier Zeit es läuft. Das läuft jetzt, das waren acht Big Packs, läuft jetzt seit einer Woche. Ein bisschen mehr wie eine Woche. Und wir warten aber ca. 2,5 Tonnen. Während hier die 2,5 Tonnen schmalblättriges Rispengras durchgeschüttelt werden und eine Kontrolle nach der anderen durchlaufen, geht es nebenan mit einer Aufzucht los. Kleine Labkrautpflänzchen werden sanft für die Aussaat vorbereitet, mitten im Sommer. Die Riegers brauchen Labkraut, also pflanzen sie Labkraut, auch wenn die Sonne auf den Rücken brennt. Nur so halten die Riegers den Betrieb am Laufen. Kein Tag ist wie der andere. Es ist Hochsommer und Ernst Rieger ist mal wieder unterwegs. Die Samen dürfen nur in der Region verkauft werden, in der sie wachsen. Deswegen hat er Partner in ganz Deutschland, die für ihn anbauen. Heute kommt er nach Fuss-Gönheim in Rheinland-Pfalz. Diese Felder gehören Fritz Eicher, im Hauptberuf Gemüsebauer. Morgen ist Dienstag, Tag liegen lassen. Mittwoch. Die trägst du direkt? Ja. Die trägst du direkt? Mittwoch, Donnerstag. Je nachdem, wie der Gliss kommt. Ja, und Donnerstag sind es vielleicht wieder wieder... Ja, oder vor dem Gewitter weg. Wenn sich die Kappe anhebt und sich die Kappe nach oben abhebt, dann ist Platz, weil kommt Wind und dann geht es darum, dass es ausstreut. Wir müssen aber die Schnellere sein. Da kommt fast schon nichts mehr raus. Ja, da ist schon ein bisschen was oben raus aus dem Streuer. Da ist doch einiges drin, oder? Ja, ja. Da kommt Material raus. Das ist richtig fett. Wie viele Ars sind das? 300 Meter? Das sind 300 Meter mal... 2, 6, ja, 1500 Quadratmeter. Ja, das kann 100 Kilo Mohn geben. Und der schmeckt? Mohn? Könnte man auch nicht größere kennen, ne? Ja, ja. Auf dem Wohnbril. Rieger gibt sein Wissen gerne weiter. Aber nur mündlich und nur an seine Mitarbeiter oder Partner. Die Konkurrenz ist wachsam. Fritz Eicher hat er jedenfalls angesteckt mit seiner Begeisterung für Wildpflanzen. Das ist fratschnass. Kriegen wir ihn? Naja, wir hatten vor 3, 4 Jahren begonnen, bei uns in der Natur Saatgut zu sammeln. In verschiedenen Arten, von der Schafskabe, wilder Möhre, also alles, was bei uns hier einheimisch wächst. Haben mit so kleinen Gläschen angefangen und sind jetzt mittlerweile bei doch 10 Hektar Fläche angelangt. Was Spaß macht, irgendwie in der Natur zu vermehren, die Bienen fliegen zu sehen. Ja, überhaupt, die Bienen. Das ist bei Ernst Rieger nämlich nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Manfred Denert ist Imker und auf dem Weg zum letzten blühenden Feld in der Gegend. Es ist ein Wildblumenfeld von Rieger. Hier ist für seine Bienen auch im Sommer noch viel zu holen. Hallo, wie sieht es aus daneben? Ja, sieht ganz gut aus. Wir können mal reingucken, es hat ordentlich Nektar gegeben. Rieger hat hier Faselia angepflanzt, auf Deutsch Bienenfreund. Hast du Bienensprache drauf, dass wir es nichts tun? Die Bienen stechen nur Lumpen. Jetzt haben wir mal gespannt. Na ja, da glitzert alles. Da kannst du ruhig mal probieren. Jetzt Faselia. Sehr fruchtig im Geschmack. Ja. Hast du gut geschafft, wie wir deine Bienen. Für Imker Manfred Dehner ist dieses Faselia-Feld wie ein Lottogewinn. Ja, es ist etwa ein Hektar. Also das hat wirklich schön gelang für die zwölf Bienenvölker. Ja, es ist für uns wirklich enorm wichtig, in dieser monokulturellen Landwirtschaft Glühflächen zu haben. Der Raps ist ja irgendwann Ende Mai verblüht. Und dann ist bei uns in der Hohenlohe eigentlich nichts mehr da, außer Mais und Getreide. Die Bienen finden definitiv nichts mehr. Es ist ganz wichtig, dass wir für die Insekten, nicht nur für die Bienen, Glühfelder anlegen. Auf jeden Fall wäre es sinnvoll, wesentlich mehr zu machen wie jetzt. Wenn man da nachlangt, so eine Wabe hat zwei Kilo. Sprich nachlang und die steche ich dir halt nicht. Und da hast du ein Kilo Honig drin, oder? Da haben wir anderthalb Kilo Honig drin. Das ist gut. Das ist schon gut für den Acker. Für die Wildbienen, auch für die Humlen, für die Schmetterlingen müsst ihr alle Kilometer zwei so einen Acker geben. Weil die Humlen, die fliehen nicht so weit wie die Bienen. Da ist oft mit ein paar hundert Metern aus. Also brauchen wir flächendeckend alle Kilometer, zwei Kilometer so einen Acker. Das Problem ist eigentlich, man darf die Landwirte nicht so in die Pflicht nehmen. Weil die machen tatsächlich ihre Arbeit. Und die haben ja auch Existenzängste. Also wenn ich heute Biogasanlage hätte, ich würde auch Mais anbauen, statt Blumenmischung. Also da bräuchte man definitiv den Anreiz, dass diese Landwirte auch mit einer Blumenmischung ihr Einkommen pro Hektar bekommen. Ein Thema, das auch Ernst Rieger am Herzen liegt. Das ihn nicht loslässt. Es geht nur mit der Landwirtschaft zusammen. Und da sind wir noch weit weg davon. Es muss einfach Maisacker umgewandelt werden in extensives Grünland. Und da muss aber der Staat Geld geben für extensives Grünland. Weil der Landwirt, wenn er 35 Cent für einen Liter Milch bekommt, kann es nicht leisten. Es geht nicht, weil es in Deutschland nicht gewollt ist, dass das Essen was kostet. Und weil er nicht immer auf den Staat warten will, wird er aktiv, wo er nur kann. Die Gemeinde vor seiner Haustür hat kein Geld, um das kleine Beet neben der Kirche zu pflegen. Nackte Erde, nicht mit Rieger. Da sät er lieber selbst. Im nächsten Jahr will er damit hier Insekten einen gedeckten Tisch bieten. Seine Überzeugung, auch die allerkleinste Fläche hilft und ist ein Schritt vorwärts. Das hier sind natürlich ganz andere Kaliber. Sohn Stefan auf seiner Lieblingsmaschine, dem Mähdrescher. Erntezeit für einen halben Hektar aufgeblasenes Leinkraut. Die Riegers sind längst ein Großbetrieb. Sie verkaufen auch ins angrenzende Ausland, wie Belgien, Holland, Luxemburg, Dänemark. Und da Wildpflanzensamen eine besonders geschützte Handelsware sind, müssen sie eine Menge Vorschriften beachten. Ich werde praktisch jetzt immer von jeder Mischung mir zwei Arten raussuchen. Und da darf sie dann entsprechend arbeiten. Ein gefürchteter Termin. Einmal im Jahr kommt der Pflanzen-TÜV. Da habe ich wieder die Rezepturnummer. Die Rezepturnummer ist auch da. Alles muss stimmen. Von der Pflanze bis zum Kontoauszug. Die Inspektion beginnt. Also hier vorne geht es los mit der Schafgaube. Alles korrekt erfasst? Nichts Unerlaubtes dabei? Das ist 2, 1, 1 vom Schafgaube. Ja, okay. Das ist auch hier als 0,0 gekennzeichnet. Sechs ganze Lagen sind 18, sind 20 Kilo drin. Ja, ist halt schön rieselfähig. Scheinbar ewig dauert die schweißtreibende Angelegenheit. Dann geht es nur noch um einen Sack. Was suchen wir jetzt? Andriskus. Den Andriskus, der nur hier sein müsste, okay. Also die Andriskus, hier sind wir bei A. Hier haben wir diese separate Partie. Der Unterschied ist, dass hier... Das müssten die 2,7 sein. Der hier 2,7. Wir können hier an die Wagen gehen. Es stimmt, alles gut. Zumindest in der Samenhalle. Das ist der ehemalige Steinbruch in Schmalfelden. Eigentlich eine Idylle. Wenn es da nicht ein paar Probleme gäbe. Riegers haben den Steinbruch gepachtet, um dieses Biotop zu erhalten und um Sträucher zu setzen. Denn sie sind die einzigen, die Saatgut von Sträuchern verkaufen. Wenn es so viele Ameisen da sind, dann hat es ein... Was ist denn das da? Das ist ein Kellerassel. Das geht jeder da. Ist dir sicher, dass das ein Assel ist? Die gibt es schon in Sieverholen. Ja, aber wie viele Ameisen das hat. Wenn es Ameisen hat, hat es auch Leis. Also hat es auch Marienkäfer. Alles da. Die Gehölze wird ja oft an Stellen angesät, wo es zum Beispiel sehr steil ist. Wo es um Erosionsschutz und Böschungssicherung geht. Und die Gehölzewurzeln eben sehr tief. Und deshalb sind die da nötig. Das bringt nochmal zusätzlich Artenvielfalt. Weil dann können sich mehr Vögel aufhalten. Auch mehr Schmetterlinge. Das bringt wieder noch einen ganzen Ruck Biodiversität. Geh her, geh her, geh her. Und dann kommt es an dem großen Starr vorbei. Ganz flach. Jetzt kommt es daher. Es kommt auf uns zu. Ja, ich sehe. Es war so eine Forelle. Ja. Zehn Jahre haben sie investiert. Viel Arbeit, viel Geld. Und jetzt will ausgerechnet die Naturschutzbehörde ihnen den Steinbruch wegnehmen. Damit haben sie nicht gerechnet. Das Argument ist eben die Erhaltung von dem Zustand hier. Weil es ein hochwertiges Biotop ist hier. Aber ich denke, das können wir auch. Also wir pflegen das jetzt seit fast zehn Jahren. Wir machen hier Heu. Wir halten den Zaun instand. Es wird hier viel Aufwand von uns betrieben, um das in dem Zustand zu halten. Und es hat sich hier mit Sicherheit nicht verschlechtert, seit wir hier sind. Es hat sich verbessert. Eine riesige Enttäuschung. Hier haben sie einen großen Wissensschatz über Sträucher angesammelt. Und fürchten, dass alles umsonst war. Ja, wir haben bezahlt. Der Steinbruchbesitzer ist bezahlt. Die Gemeinde Schrozberg ist bezahlt. Aber wir sind noch nicht die richtigen Besitzer, weil wir noch nicht im Grundbuch eingetragen sind. Es ist bereits ihr zweiter Kampf gegen eine mächtige Behörde. Ende bisher offen. Aber Ernst Rieger will hartnäckig bleiben. Für ihn geht es auch ganz einfach darum, was seine Enkelkinder in Zukunft auf dem Teller haben werden. Wenn es jetzt diese 40 Prozent Bestäuberleistung oder die 40 Prozent Nahrung nicht geben würde, hätten wir kein Obst und kein Gemüse. Wir müssten alle jeden Tag wie die Inder und wie die Chinesen Reis essen. Oder Haferbrei. Wollen wir das? Elke soll mal rechts rum. Rechts von der Andrea, ah, von der Roswitha. Schau zu dir rüber. Pack sie mal und zieh sie rüber. Dann kommt doch ein wenig zusammen. Aber in dem hier müssen wir ein Falz. Ja, den hab ich aber nicht. Fotoshooting für den neuen Katalog. In der Wilden Möhre. Für den nächsten Sommer. Und der kommt bestimmt. Und der nächste Kampf auch. Schaffen wir es vor dem Regen. Musik Warum denn? Ich kann ein wenig zusammen. Wer bäre es statt. Und der drinnen und zнаue Divine kommt also. dass die StärkTE wirklich ein quoiER? Vielen Dank.